...ein Zauberer. Seien Sie gespannt, ob zuerst kommt unsere Zuckerscafé. Die Honey Beat Band am Piano. Ja, also nur mit Druckenzug zu erhebastig. Probieren wir das Startzauber. Das war ja schon mal etwas. Vielleicht funktionieren die Trollen nicht besser. Das war unsere Wend. Die sollte zum Blüten noch mal kurz unter den Tonen gehen. Als nächstes haben wir in den Zuckers natürlich auch wilde Tiere. Unser wildes Tier ist der Löwe. Er ist eigentlich gar nicht so wild. Honey, Lion! Unser Löwe hat einen Aufräumtipp. Jedes Mal suchen wir unsere Kaffeebecher. Und auch die Schnapsgläser verschwinden immer wieder irgendwo in der Versenkung. Natürlich ist das nicht alles was unser Löwe kann. Unser Löwe kann den gefährlichsten Trick im ganzen Zirkus. Und zwar den Sprung durch den Feuerheifen. Pass auf deine Mähne aus. Ja! Klasse! Nochmal! Gut gemacht! Und das Ganze ohne Mähne so brennen. Ganz klasse! Als nächstes haben wir unseren Zirkus. Nami! Nami! Komm! Nami! Nami! Als nächstes haben wir in unserem Zirkus ein Tier, was es nicht in jedem Zirkus gibt. Wir haben unseren Seemut mitgebracht. Honey Seemut! Alle! Oh Honey! Was ist denn los? Du musst dich doch nicht schämen. Warum meinst du, dass du dich schämen musst? Oh, es ist nicht nötig sich zu schämen. Magst du mir denn sagen, dass du musst das machen? Echt? Sie meint es wäre etwas peinlich hier aufzutreten, weil sie gar nichts kann wie die andere Tiere. Stimmt aber nicht wirklich. Sag mal, wie groß wird so ein Seemut? Toll! Und Tiere nachmachen kannst du auch. Machst du gut. Klasse! Das hast du toll gemacht. Hab ich recht gehabt, oder? Das war gar nicht so schlimm. Ich hab immer recht, ne? Ja! Weißt du, was geht? Was geht? Ein Seehundtuss? Nein! Ist das niedlich? Riecht alles so. Dann geht's hier noch frisch. Kommt sie runter. Dann warten wir auf das nächste Tier. Unser nächstes Tier im Zukunft ist so etwas ähnliches wie ein Elefant. Aber nicht ganz, ein Elefant passt nicht durch die Form. Es ist ein Honeyfant! Honeyfanten lernen genau wie Elefanten erst mal ihre vier Füße gehen. Da gibt's vorne eine. Links. Vorne links. Vorne rechts. Hinten rechts. Und hinten links. Aber unserer kann das auch hinten mit beiden. Und auch vorne. Fantastisch! Aber das ist nicht alles, was unser Elefant kann. Unser Elefant kann auch die typische Elefantenkirche. Wie ein großer Elefant dreht er sich im Kreis auf seinen kleinen Podest. Super gemacht, Elefant. Kommt ihn noch mal hinter den Vorhang. Und zu guter Letzt habe ich ja noch versprochen, dass wir einen Zauberer dabei haben. Unser Zauberer ist allerdings noch ein Lehrling. Es kann also sein, dass wir die Nummer zweimal machen müssen. Bis sie richtig funktioniert. Honeyfant. Schauen Sie zu. Passen Sie auf. Honeyfant. Pokus. Charliefant. Pokus. 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 Unser Zauberer ist zumindest fast verschwunden. Hätte sie ganz prima gemacht. Ich hoffe es hat gefallen. Das war unsere kleine Zirkusshow. Er. Pokus. 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 Vielen Dank.